Der absolute Wahnsinn. Mission 8, Bollwerk. Und wir haben tatsächlich Higgs gefunden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nächste Mission. Versuchen wir die Marines zu retten. Gucken, ob wir es schaffen werden. In etwa 30 Sekunden wird sich der Himmel mit den gefährlichsten Tötungsmaschinen verdunkeln, die das Universum kennt. Ich weiß, dass Sie sich nicht für wichtig oder wertvoll halten. Aber im Moment sind Sie und meine Pilotin die wichtigsten Marines, die wir haben. Also, bewegen Sie Ihren Arsch hier weg. Los! Zu Befehl, Sir! Gehen Sie zur Zentrale und helfen Sie, den Eingriff abzuwehren. Machen wir doch glatt. Oh oh. Gefauche von Xeno-Fiechern. Du Spucker, Mistviech, du. Ich spuck gleich zurück, gemacht. Meine Rotze ist zimmer tödlicher als deine Säure. Dann mach ich den rein. Dring mich zu viel. Am Arsch triffst du mich. Okay, da solltest du mich auch nicht treffen. Das kann brennen. Oh, das sind ziemlich viele. Oh, nix, ob man nicht unter Kontrolle bekommt. Mies, ich geb dir gleich hier. Schön zerplatzt. Dürfen wir eigentlich nicht stehen bleiben. Aber das kommt gut. Wir sind auch gleich vor uns. Marines, Bewegung! Ich will, dass jeder Zentimeter vor Angriffen aus jeder Richtung geschützt wird. Winter, stellen Sie Geschütze auf die Wegen rauf! Ich bin schon dabei. Ich platziere das Ding doch! Ja, meine Güte! Die KI ist so unfähig! Komm schon, ich muss das Ding aufheben. Nicht nachladen. Boah! Das ist doch wahnsinnig dumm! Ich soll das Geschütz aufstellen und gleichzeitig noch die Aliens bekämpfen. Ja, oh! Am besten renne ich sofort dahin und stelle das so schnell wie möglich auf. Ich hoffe, das klappt. Ja, müssen die nochmal bekämpfen, kein Problem. Nix, Probleme! Oh! Oh! Oh, gibt's da? Sterben musst du! Okay, schön zerplatzt. Oh, der kann schon nicht mehr. Boah! Schon dabei! Hast du aufzuspucken? Wieder ins Gesicht! Boah, sinds vor mir! So, ganz schnell aufbauen, will ich nicht gleich wieder verrecke. So. Wahnsinn, da kann man wirklich nichts machen. Die unterbrechen dann jedes Mal. Hier kommt nichts durch! Schon dabei! Das Geschütz wird uns dabei helfen. Oh, das ist ganz cool. Oh, wie praktisch. Muss gar nichts machen. Alles andere Munitionsverständlich. Das ist eine Munitionsverständlich. Oh, Shotgun-Munition. Genau, was ich gerade brauche. Die gibt's hundertprozentig nicht, aber wir gucken trotzdem mal. Hey! Legendäre Waffe. Maskes-Pistole. Und die Waffe von dem Typen auch. Gucken wir mal. Hier ist hundertprozentig keiner am Leben. Wenigstens haben wir Hicks. Oh, Shit! Ich dachte schon, da hatten wir einen Überlebenden. Oh, der wurde richtig heftig herangenommen. Nein, gib ich dir hier! Fressen! Nix! Ich sollte vielleicht mal in den Raum gucken leiten. Okay. Ziemlich langer Gang. Ich ziehe irgendwas rum. Ah, wir sind wieder hier. Alles klar. Da ging's auch weiter. Ja, ich geh ja schon raus. Ey, ich kann mich daran erinnern, dass wir ein Geschütz aufgestellt haben. Ich hätte ihn wahrscheinlich gegessen. Boah, dieser Viecher. Was macht der denn da? Okay. Oh, da wurde aber einer geohnt. Knapp vorbei ist es auch daneben. Checken wir mal. Rennen sie ihren Teamkameraden. Cool. Äh, du machst aber schöne Schussübungen. Fine, fine, fine. Müssen wir den einfach mal in Ruhe. Los, jetzt! Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch auf die Nerven gehen. Komm mit, Überlebender. Oh, 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 oh. Oh, das ist gut. Okay, nape kiste. Ja, genau. Äh, hier kann man mehr da von Niigai, ja. Oh, ich werde die Keresse. Oh! Überraschung, hä? Okay. Na, wir können nicht mit dem reden. Ja, was denkst du denn? Okay, was ist unsere aktive Mission? Gehen Sie zur Zentrale und retten Sie die überlebenden Marines. Okay, wir haben einen gerettet. Können wir mit dem interagieren? Nope. Hier kommen wir her. Aber immer doch. Da ist Munition. Oh, die hat mich gesucht. Schick, schick, schick. Okay, gehen wir weiter suchen. Welchen Raum waren wir denn noch nicht? War eigentlich schon überall. Hier lang. Ich sag' ja, hier kommen wir her. Oder? Ja, klar. Wahnsinn. Wo geht's denn noch weiter lang? Einen Raum übersehen. Ich hab mich letztes Mal, glaube ich, hier schon mal verlaufen. Diese nervige Station. Hier waren wir auch schon. Da hinten hab ich Munition übersinnen. Nehmen wir gleich mal mit. Hat sie nicht vorhin gebrannt? Mein ja. Oh, vielleicht können wir die Tür aufschneiden. Nee, leider nicht. Ich guck' lieber noch mal gerade. Hat das noch nicht richtig funktioniert? Nee. Okay, jetzt sind wir wieder in der Zentrale. Wir haben jetzt fast jeden Weg abgegrast. Da muss es aber immer noch was geben. Na, wie? Es wird auch noch so scheiße dunkel. Nee, bin ich auch schon mal gerade langgelaufen. Was ist denn mit dir jetzt hier? Gucken wir da rein? Ich glaub' nicht. Welchen Weg können wir denn noch gehen? Ich lauf' wie im Kreis. Das ist sie kalt! Das ist sie kalt! Oh, hier haben wir den. Oh, wir mussten ihm helfen, seinen Kopf aufzurichten. Hätte er nicht selber machen können. Genau deswegen such' ich mir hier einen Ast ab. Boah. Ich hab' gesehen, dass da ein Alien war, aber ich hab' nicht gesehen, dass da Marine lag. Okay, jetzt sollen wir Cruise treffen. Cruise treffen unten. Clark muss Cruise. Also hier oben nicht, dann gehen wir die Treppe runter. Ne, hier nicht. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe. Hier dürfte richtig sein. Jupp. Hui. Da. Alle versammelt. Komm schon, durch die große Tür. In Ordnung, gehen Sie zum Fuhrpark, das wird unsere neue Zentrale. Und lassen Sie Wände und Decken nicht aus den Augen. Dann leisten wir mal Widerstand. Keine Sau. Die Viecher kommen gleich noch. Richten Sie eine Verteidigungslinie. Wenn ich wüsste, von wo die Viecher kommen, das wäre schon ziemlich nett. Also, ich schätze mal, die werden hier in den Raum gehen. Also einfach mal hier aufsteigen. Wunderbar. So feige wie die sind. Wow, da haben wir was Schickes. Munition ohne Ende. Ich glaube, wir werden wir eine ganze Weile bleiben. Natürlich, jetzt erst nicht. Oh yeah. Ich glaube, hier laufen wir die ganze Zeit mal rum. Mein Schütz greift, glaube ich, gar nicht an im Moment. Oh, doch, ein bisschen. Oh. Oh, das Geschütz geht ab. Boah. Boah. So weit, so gut. Was du nicht sagst. Oh, das Geschütz ist hin. Na, bleibst du hier? Böser, böser Zeno. Komm schon. Keine Munition mehr. Böser, wo Munition lag. Hier schon mal nicht. Konnten die das Geschütz ausschalten? Hier ist nämlich Munition. Nett. Alles wieder voll, außer Granaten. Oh, hinter mir. Noch einer. Die krabbeln hier die ganze Zeit rein. Boah, ist der, boah, ist der Alien-Fücher. Schön. Langsam ist aber auch mal gut. Gut. Wahnsinn. Wahnsinn.